Ich will nicht, dass du da mitmachst. Ich will nicht, dass du dauernd mit diesen Leuten zusammensteckst. Was sollen da drin sein? Geld. Wer klaut denn heute Geld? Also klaut man Schrippen oder Brillanten, jedenfalls Sachwerte. Jetzt halte ich fest, Bruno. Es handelt sich um das gesamte Fahrgeld von Berlin, Stadtbahn und Fernbahn. Dafür kriegst du schon ein paar Schrippen. Und ich fühlte einen Schauer auf der Haut. Und das hat mich auf die Dauer so versaut. Wenn da mal nicht was Sexuelles dahinter steckt. Das mit Sicherheit nicht. Und sowieso nicht bei einer Frau wie Ihnen. Das ist ab eins. Müller kommt um eins, um zwei und um drei. Was hat dieser Müller jetzt so... Wenn ich es nicht weiß und du es nicht weißt, was geht es uns dann an? Julian ist bei der Polizei. Betrug in zwei Fällen, sieben Einbrüche. Gibt's die Strafakten? Die scheinen weg zu sein. Aber die Adresse gibt es. Kann ich bei Ihnen mal aus dem Fenster steigen? Wozu haben wir das alles überlebt? Den Krieg und den Knast, Bruno? Wenn wir jetzt nicht weitermachen. Wenn es geschäftlich ist und falls ich dabei sein soll, dann ohne Frauen. Was machst du dann? Wahre Liebe ekelt sich vernischt, sagte er. Ich war die heißeste und ein Lecker. Und doch das kälteste Land im ganzen Saal. Und keiner hatte mich je zum zweiten Mal. Bis Paul er kam. Bis Paul er kam. Der mich nach einem Tango auf die Seite nahm. Ich finde mir dieses Ding versaut. Bis zum nächsten Mal. Die Hищung aus. Bis zum nächsten Mal. Heute ehrlich ist es sein Oberñ. r